Die Musik von davor, von dem ersten, die wäre noch besser gewesen, da hätte ich nämlich wieder so eingegangen. Ich mach mit Computer 4 zusammen. Mit dem, der keinen Freund hat. Der sucht sich gerade einen Freund. Oh, er hat mich als Freund gefunden. Auf Facebook. Du hast einen Freund. Dankeschön. Und zwar, dein Freund ist Computer 3. Du hast das Opfer, Computer 4. Und deswegen, der musste sich auch einen suchen. Oh, bin ich der? Oh, Computer 4 ist der. Wie leuchten wir eigentlich? Ja, das frag ich mich auch. Ich hätte mal die Beschreibung gelesen sollen. Ach so, einfach nur so. Ja, Computer 4, komm doch her. Hallo, Com 3, das steht einfach mal rum. Computer 4! Hallo? Wo ist denn? Ach, da. Komm her, Computer 3! Computer 4! Lass doch nicht von mir weg, Computer 4. Junge, komm doch mal her! Oh, mein Gott! Kann mit dem nicht arbeiten, ey. Junge! Computer 4! Der macht, meiner macht noch nicht mal überhaupt was, ey. Komm her jetzt! Junge! Computer 4! Was macht das denn? Junge, Computer 3! Faceball! Hey, ich weiß, was der gemacht hat. Hast du gesehen? War doch schon eine halbe Stunde rum, ey. Ja, und mein Computer 4 ist dann dazugekommen. Die haben mich als Freunde gefunden. Und die beide sind dann abgehauen. Ich hab dich zurückgelassen. Gott, ey. Unfassbar, Lame. Los, Toad. Welcher Toad? Die haben Namen. Computer 4, Computer 3 und Gast 2. Oh, Bowser-Brett. Ja, die hol ich mir nicht. Wieso? So, weil wir doch schön in unserem Brett bleiben wollen. Amiibo! Ach ja, ich muss SA drucken. Ja, und dann Amiibo! Amiibo! Wo komm ich hin? Oh, da hinten ist der Stern. Ich kann den Zurückwürfel nehmen. So, ich nehm mal die Marke. Ich kenn's das wieder mit dem Amiibo. Ja, auf jeden Fall. Oh, das Haus sieht schön aus da im Hintergrund. Mit dem... Und besonderes Ereignis. Komm, irgendwie tauschen mit irgendwen jemanden oder so. Ja, das kann man. Nochmal Amiibo rauf. Amiibo! Okay, das ist auch gut. Und da kommt noch Peach. Das muss ich aber nicht nehmen, die Marke. Das musst du aber freischalten. Da musst du dir die Figur nicht kaufen. Ich will mir die Figur aber kaufen, weil du dann nur ne Hälfte bekommst. Ein Viertel. Die anderen Teile, die ich bestimmt auch noch. Nein, da gibt's dann wieder andere. Du hältst einen, Taufe. Okay, komm. Du musst einen tausche. Ja! Ey, willst du mich irgendwie betrügen? Du wirst voll geowned vom Spiel. Junge, ich bin letzter, ey. Ja, ich hab zwei Sterne. Du hast noch gar keinen. Ja, ich werd verarft. Junge! War das fair? Ja, das war durchaus fair. Jetzt würfel einfach mal. Du zögerst immer die Zeit hinaus, ey. Was hab ich? Oh, zwei. Oh! Hätt ich bloß den Doppelwürfel genommen. Auf jeden Fall. Runde 7. Oh, wir sind schon bald durch hier, ey. Ja. Geh schnell. Ich hab jetzt einen neuen Freund. Ich hab das Opfer gefunden. Computer 4 hat einen. Yay! Das Spiel ist auch mal. Kann er überhaupt Fußball spielen? Er hat ja keine Freunde gehabt vorher. Na gut, als Fußballspieler braucht man keine Freunde. Du brauchst nur mehr Spieler. Computer 3 und Computer... Arbeite zusammen, um so möglichst viele Tore zu erzielen mit Bewegungssteuerung. Nein, zu schießen. Achso, erschießen. Erschießen. Mit Bewegungssteuerung. So, ich bin Gast 2. Ich hoffe, mein Computer 3 kann Fußball spielen. Ich hoffe, mein Computer 4 kann man was. Oh, Bewegungssteuerung. Ich hasse die. Kann man hier nicht mit... Ah. Ey, die machen hier einfach mal nichts, ne? Ah, ich will da... Nein! Boah, Alter. Tor! Super, ne? Gast 2 hat das Tor geschafft. Ja, ich... Boah, ich bin der Mario, ey. Das fällt mir jetzt erst wieder auf. Boah, Mann, wie mach ich denn... Los, Computer 3! Schieß das Tor, Computer 3! Ah, mein Gott. Die Bewegungssteuerung, ey. Ja, die ist richtig blöd hier. Ah! Computer 3, was machst du? Scheiße. Komm, wir müssen noch ein Tor ziehen. Ein Gleichstand. Computer 4! Computer, 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 Computer 3, schieß! Nein! Nein, Computer 3, schieß doch! Schieß doch, Computer... Computer 3? Ernsthaft? Junge, Computer 4! Die mache ich da, du steigst. Nein, 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 nein. 1 zu 0. Ende. Aber der hat nicht geschossen. Der stand, der lag auf der Linie. Ich konnte nicht, weil ich würde ihn in unser Tor schießen. Ja, ich weiß. Und Computer 3, was macht der? Der geht vom Ball weg. Ja, und ich habe einmal Dummheit gemacht, ein Eigentor gemacht. Das war Dummheit von mir auch. Ja, und ich habe ihn vorbereitet. Mhm. Du hast eine Vorgabe gegeben. Amiibo! Amiibo! Hat der nicht als Überwürfen? Nee! Ich glaube, die Toads sind in der Überzahl heute. Die sind alle gegen dich. Ja. Deutschlands größter Hater-Toad. Oh! Computer 4 ist weg. Aber ich komme da ja auch nicht mehr hin. Ja, aber ich... Ich habe einen Doppelwürfel. Ich habe auch einen Doppel. Ich habe auch einen Würfel. Nein, du hast nur das 5... Das mache ich jetzt auch. Das ist ein 5er Würfel. Das ist ein 5er Würfel. Ja, und? Da kann ich 5 Mal würfeln. Ja, und? Ist das schon klar, ne? Du siehst du voll overpowered. Amiibo! Hopp! Amiibo! Ach, nee, deutlich. Das ist auch ein anderer. Das wusste ich jetzt nicht. Aber ist egal. Ja. Auf jeden Fall mal ein paar Münzen. Du wirst viel sein, glaube ich. Naja, ist nur alles drin, ne? Ja, und der macht natürlich das dann, ne? Oh! Dann würde ich mit dem normalen. Oh! Kein 1 Würfeln, dann bin ich zufrieden. Oh! Das ist echt hier was, ey. Ja, also zurück die ist nicht und doppelwürfel nutze ich auch nicht. Nee. Weil das wäre nicht sehr schlau... Trotzdem komme ich zu weit. 1. Obwohl, obwohl, wenn ich mit ihm tausche... Das wäre unverdient. Kommt, Druck! Hab ich doch, ich hab gewartet. Gut. Nein! Oh, du bist da ziemlich nah dran, ne? Aber hat er genug Geld? Das weiß ich nicht. Weil das wäre sehr schön, wenn nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann er hier Geld verdienen. Ja, das heißt, er darf... Okay, die haben alle genug Geld. Alle. Am bombigen Band. So fühl ich mich auch gerade. Richtig bombig. Das haben die doch nachgemacht von der TV-Serie von der Fernsehserie von früher. Wähle, ob sich das Rand bewegen, A, oder ob es anhalten, B, soll. Die haben das voll nachgemacht. Schnapp dir ein paar Äpfel. Okay. Am laufenden Band daher haben die das nachgemacht. Okay, ich hab heute viel zu viel Markenwerbung bei dir gemacht. Auf jeden Fall. Ist alles super. Ja! So, ich drück natürlich B. Scheiße. Jetzt hab ich das gesagt, ey. Ja. Ich hab A gedrückt. Mist, 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 Mist. Achso, ja! Ich bin ja auch Gast 2. Ja, dann nehme ich lieber... ...dass ich das bewegen soll, weil ich möchte keine... Hm, ich auch nicht. ...Minuspunkte kriegen. Hm, auch nicht. Ich überleg gerade, wenn der da sowieso drückt... ...und du auch drückst, dann hab ich den ja. Okay, ja... Ich hab mich gedrückt gehabt. Ich bin ja nicht bekloppt. Ja, ich hab nur gut überlegt. Ja, da möchte ich natürlich das... Scheiße! Ach, Mann, wie das einfach mal klar war, ey. Ich bin ja nicht blöd, ne? Ja, das kann man ja auch nicht riechen. Man kann sich das aber erschließen. Okay, ich sag mal ja. Ach, kack auf, ey! Mein Gott, ey, was das für ein Scheiße wieder ist, ey. Okay, ich hab gewonnen. Das kann man ja nicht riechen, was ihr hier wieder für ein Lack macht. Das ist ein Lackspiel. Ich bin nicht blöd, ne? Ach, geht doch. Auf jeden Fall möchte ich hier noch Zweiter werden. Erster wirst du nicht mehr. Ich weiß nicht, was wir drücken. Nein! Gut, super. Ach gut, Minus Ein, von daher. Okay, schon zu Ende. Du bist Zweiter mit ihm zusammen. Mit Computer 4. Bitte müsst ihr würfeln. Nein, das wäre doch dumm. Cool, der hat keinen Freund, Heini. Computer 4. Der hat keinen Freund. So, ich glaub, vor der letzten Runde schon, ne? Ich krieg irgendwie, ich krieg nicht irgendeinen Bonus. Endspurt. Endspurt. Und ich bin letzter. Mit keinem Stern. So, ein Noob. Hallo, das war vier. Ach, sogar das muss ich mit Amiibo machen. Amiibo? Ja, ich komm ja auch schon nicht. Aber das steht da mal zehn. Münzen mal zehn. Ja. Du hast 34 mal zehn. Das ist so. Oh, ich kann nicht. Zwei Sterne. Der hat nicht genug Geld für zwei Sterne, ne? Hm, hm. Ne, hat er nicht. Oh, ich bin ja leider bin ich letzter. Sonst hätte ich die Sterne. Oh, mein Genre. Sonst hätte ich nicht. Ich bin auch noch dran, na toll, ey. Du hast das Geld für zwei Sterne. Amiibo. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Part schon Amiibo gesagt habe. Das könnt ihr ja mal zählen und in die Kommentare schreiben, wenn ihr das habt. Ich glaube, das hat keiner Bock zu zählen, ey. Weißt du, ich zähle das mal am Ende. Ich schaue mir den ja meistens manchmal eh an. Ich muss ihn ja eh schneiden noch. Natürlich. Das kauft jetzt einen Stern. Das braucht nicht. So bin ich auch noch richtig letzter. Ich wette, dass der dahinter nicht kommt. Ich wette. Ich wette. Ach, come on. Guck mal hier, ich werde so betrogen. Ich komme einfach mal zu nichts und wieder nichts. Zu nichts und wieder nichts. Ja gut, das ist alles in Ordnung, solange der keinen Pilz kriegt. Kannst du mal von meinem Stuhl entspannt bleiben? Oh. Der hat sowieso kein Geld. Also was nützt ihm der Würfel, wenn der kein Geld hat? Also der Stuhl. Ja, da ich jetzt... Damit komme ich auch nicht dahin. Doch. Nein. Ich würde es machen. Ich war ein Feld davor. Ich würde es machen. Aber wenn ich da hinkomme... Ja, dann... Egal. Also ich habe verloren mit 0 Sternen. 5 von 4 und 9. Okay. Völlig zufrieden. Obwohl... Du kommst auf Bowser. Du kommst auf Bowser. Erstmal fliege ich hier. Ich nehme natürlich die goldene Mitte. Ich hoffe, du verlierst alle Sterne. Ach, wieso Münzen? Du sagst drei Münzen. Was beschwerst du dich denn? Ist doch super. Kombo, sag wenigstens nur Münzen. Oder irgendwas anderes. Was gibt es denn? Bitte Stern. Man kann Sterne verlieren. Das weiß ich. Was gibt es denn da noch so? Gib dir schlusslich einen Stern bloß... Bitte mir! Völlig in Ordnung. Du kannst dir aber keinen Stern mehr leisten, oder? Doch, ich habe 40 irgendwie so. Ich hoffe, du hast 39. Das ist völlig in Ordnung. 49. Und jetzt kommt ein Minispiel. Man höre es, wenn wir einen Stern geben sollen. Ach, nö, ne? Oh, doch. Nein, guck mal. Ich habe 29. Jetzt kommt ein Minispiel, wo ich 10 bekomme, wenn ich gewinne. Ja. Warum hast du gerade alles? Ja, das habe ich nur 39. Hättest du ja nicht nur 10 machen können. Na ja. So eine Spiele... Richtung, um mit den Dornen-Säuglen anzugreifen. Rivalen. Lauft weg! Und versteckt euch! Okay. Mit Steuerkreuz. Wie benutze ich die? Ich würde mal sagen, die Party geht für mich schlecht zu Ende. Fuck, 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 fuck. Oh, Mist! Sag mal, seid ihr alle dumm? Das heißt, die Scheiße hier alleine machen, oder wie? Scheiße. Scheiße! Ja, die letzten 30 Minuten habe ich noch gewonnen. Kriege ich 30? Nein. Weil es sind ja 3. 5, ich habe doch genug für beide. Wie ich einfach hier mal nichts schaffe. Und der Toad hat gar nichts. Aber das Spiel ist wirklich le... Also ich finde, das ist gerade hier lame zu Ende gegangen. Ich hatte kein einziges Mal Chance, in einem Stern zu sein. Noch hast du. Na, wie denn? Das ist die 9. Runde. Ich kann doch nur eine 6 würfeln. Ja, ich kriege aber gleich noch den Stern. Achso, du bist ja letzter. Wie blöd ist der Toad eigentlich. Ich kriege den doch sowieso. Ja, siehste. Was soll ich denn jetzt machen? Weil ich habe den langsamen Würfel. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann einfach nur verzweifeln. 4, du warst. Ja, toll. Was bringt mir das? Du kannst da hingehen. Und was bringt mir das? Eigentlich dann. Ich hoffe, ich bete, dass er irgendwie nochmal da aufpufft. Ich bete. Aber es hat ja keinen Sinn, da hinzugehen. Ja, das ist klar. Was? Nein! Was soll sie das? Ich habe nichts ge... Achso, gut. Gut, ich... Ja, alles in Ordnung. Ich habe erst gedacht, ich habe gar nichts ausgewählt. Und ich wusste ja auch, dass ich einen Würfel... Bloß diesen Würfel. Jetzt come on, ey. Lack-Affe. Nein! Oh. Ha. Warte, reicht das? Reicht das? Ich habe ja einen Zurückwürfel. Wenn ich da unten hingehe, reicht das. 1, 2, 3, 4, 5. Aber da muss ich auch eine 6 haben. Genau eine 6. Ja, dann geh da hin, wo ich bin. Geht das? Ja, geht. Aber da brauche ich genau eine 6. Ja. Da brauche ich ein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht schaffbar. Ich kann es nur noch mit Glück versuchen hier. Ja, jetzt mach auf jeden Fall mal was. Ja, ich bin erster. Aber ich kann es nur noch mit Glück da versuchen. Bist doch nicht erster, du bist letzter. Ich bin erster. Beim Würfeln bist du letzter. Achso, ja, ja, da ja. Oh ne, sag mir nicht, dass der eine Toad jetzt genug... Der hat genug Geld. Beide. Oh, das noch zum Ende. Ich habe theoretisch noch eine Chance. Aber jetzt bin ich blöd. Ja, also ich gebe mich aus. Ich habe mich blöd hingesetzt. Ich hätte einen nach vorne gehen sollen. Also ich habe auf jeden Fall verloren. Weil er ist meistens in den Ecken. Ich hatte aber auch keine Chance, in dieser Party irgendeinen Stern zu kriegen. Der taucht sich schön aus, der blaue. Ich hatte auch keine Chance, irgendeinen Stern zu kriegen. Du bist. War einfach nur lame. Das ist nämlich kein Timing hier. Doch. Nein. Du weißt doch nicht, wann du drücken musst. Natürlich, ich weiß es. Okay, ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich weiß, wann ich drücken muss. Ich sage nichts. Ja, ich weiß auch, wann ich drücken muss. Ich sage nichts. Aber die werden auch so 80, 60 Punkte kriegen. Okay, der kriegt 40. Das ist sehr stark, oder? Haben wir sehr stark gemacht? Ich glaube, ja. Aber der wird jetzt auch so, der wird auf jeden Fall keine Null kriegen. Nee. Okay. Ganz knapp. Nur ganz knapp. So, jetzt muss ich ein 100 am besten kriegen. Bisher bin ich erst mal. Komm, Null. Ich weiß doch, wo man hin muss. Ich kenne doch das Timing. Jetzt muss ich 100 oder 80 Punkte kriegen, damit ich gewinne. Oder 60. Dann haben wir gleich. Ist schaffbar. Ich gucke alle. Gut. Ich habe da doch gar nicht gedrückt. Ist auf jeden Fall geil. So, komm, drei. Nö. Die gewinnen doch sowieso. Okay. Ihr seid hier nicht letzter. Wieso gibt es nicht drei Runden? Bei den meisten Spielen gibt es drei Runden. Wieso hier nur zwei? Weil es halt so ist. Ich mag dieses Spiel nicht. Man kann nicht timen. Man kann natürlich timen, ey. Nein. Das ist alles lag. Du bist vorletzter. Nein, ich bin zweiter. Jetzt halt vorletzter. Zweiter mit uns zusammen. Mit Komm 4. Gut, es ist Komm 3. Kein Freund mehr. Hat er keinen Freund mehr. Wen hat er verloren? So, letzte Runde. Einer von den beiden kriegt jetzt den Stern. Für mich dreckig. Ich habe keinen einzigen Stern geschafft. Hat Komm 4 genug Geld? Ich weiß es nicht. Doch, er hat genug Geld. Er kriegt sogar beide. Und ist so mit erster, mit drei Sternen. Ich muss noch einen kriegen. Oh, shit. Come on. Ach, komm. Ich habe gesagt, ich war so blöd und bin da hingegangen. Ich hätte den anderen Weg nehmen sollen. Ach, Mann. Das ist doch echt so ein Kacken, ey. Ich hatte aber auch keine einzigen Marken, oder? Andere Let's Plays, wo du gesehen hast, hatten mir doch 1000 Marken, oder? Ich hatte nur eine einzige, brauchbare. Toll. Ich bin nur einmal rumgekommen. Voll Betrug. Ich bin doch viel schlimmer dran gewesen. Also bitte, ey. Ich habe nichts erreicht in der Party, weil ich auch keine Chance hatte. Irgendwas hinzukriegen. Das war unfassbar Leben. Das ist voll Betrug. Genau. Mach einfach, mach einfach, wie du willst. Das ist eh alles. Das ist voll Betrug. Das kann ich doch nicht mehr gewinnen. Dass der jetzt am Ende so supported wird, dieser eine Toe, das ist Komm 4, der keine Freunde hat. Ja, ich verstehe auch warum, ey. Ja, weil er schummelt. Weil er schummelt hat er keine Freunde. Er hält. Er war nicht mehr mein Freund. Der braucht auch keine Würfel mehr. Ist doch eh zu Ende jetzt. Der wird nicht mehr mein Freund. Fertig. Ich kann zurückgehen und mein Glück versuchen. Oder ich gehe dahin, was mir ehrlich gesagt besser erscheint. Es ist doch scheißegal, wo du jetzt hingehst. Ja, genau. Kannst du dann noch irgendwas richten? Nö. Ich kriege ja nichts mehr. Also nichts besonderes mehr. Was soll ich mit einem Spezialwürfel? Platz tauschen bringt auch nichts. Ja, mach einfach. Fünf Felder nach vorne. Mach einfach. Fünf Felder nach vorne wäre das einzigste, was sinnvoll ist. Wäre da der Stern, dann hätte ich es jetzt geschafft. Nein, dann hätte ich es bestimmt nicht kaufen dürfen. Doch, weil fünf Felder nach vorne ist, ja. Ich bin Zweiter. Ja, und ich habe abgekackt. So, ich bin Letzter, aber schreibt alle in den Kommentaren. Ich habe kein nichts dafür. Kann ich irgendwas dafür, dass ich hier verloren habe? Ich konnte keinen einzigen Stern kriegen. Da musst du mir auch recht geben. Du hast so schlecht gewürfelt, sag ich dir. Mal so. Würfeln kann man nicht kontrollieren. Aber du kannst ja Amiibo irgendwann mal machen. Ich habe eine einzigste Marke bekommen. Ist das nicht witzlos? Hallo, ist das nicht witzlos, dass ich nur eine einzige Marke bekommen habe? Die andere wolltest du nicht aufnehmen. Nein, ich konnte sie nicht aufnehmen, weil sie gar nicht erst da war, wo ich da war. Und Platz 1, unverdient. Auf jeden Fall. Also Leute, für mich ging die Party unfassbar lehnt zu Ende. Im nächsten Part ist er Amiibo, wenn wir Luigi, Brett spielen. Dann bin ich Amiibo. Ja, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder... Wenn es wieder heißt Amiibo-Party. Und B-Truck-Party 10. Amiibo. Auf jeden Fall. Guck mal hier an, falls ich bei mir abge... Guck mal hier an. Nein, du einzig gerade lieb. Habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Amiibo. Tschüss. Guck mal hier aus. Gibelliert Lake neutrale ist. Vielleicht bitte auch, enfin will das...